Hey Hallo, ich bin's wieder, euer Mac Paverec. In dem heutigen Video möchte ich mal mit euch selbst ein Radiergummi machen, welches ihr dann in der Schule oder im Büro benutzen könnt. Ihr braucht dafür nur zwei Zutaten, einmal Silikon und feine Speisestärke. Und dazu habe ich hier noch eine Schüssel, wo ich beides vermischen kann. So, dann legen wir auch gleich los. Ich habe schon mal etwas Speisestärke in die Schüssel gegeben. Und jetzt kommt Silikon dazu. Dazu nehme ich einfach einen Hammerstiel und drücke das Silikon aus der Tube heraus. Also ihr braucht da keine Spritztistole für. Und dann wird das Ganze schön miteinander vermengt und vermischt. Ihr verknetet und vermengt die Speisestärke mit dem Silikon so lange, bis ihr hier so eine Knete habt. Und ja, diese Knete könnt ihr jetzt formen oder auch in eine Form geben. Ich mache das Ganze jetzt so ein bisschen wie beim Keksebacken zu Weihnachten. Ich breite die Masse hier bei mir auf der Platte aus. Und nun habe ich hier verschiedene Stechformen und da steche ich mir jetzt ein paar Figuren raus. Das ist wie beim Keksebacken. Und nun drücke ich die Form bzw. die Figur wieder leicht aus der Form hinaus. Das Ganze haftet auch nicht zu stark durch die Speisestärke. Ja. Und dann lasse ich das Ganze einfach nur noch trocknen. So, mein Radiergummi ist nun getrocknet. So schaut das Ganze aus. Ich habe hier jetzt eine Figur. Aber wie gesagt, ihr könnt auch kreativ sein und andere Figuren machen. Oder etwas Selbstformen. Ich habe hier auch schon mal mit radiert. Das Ganze funktioniert wunderbar. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich habe dazu hier ein Blatt aufgemalt. Und nun radiere ich hier die Schrift ganz einfach weg. Ja, wie ihr seht, das Ganze funktioniert wunderbar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wer mag, kann mich abonnieren. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ich sage bis dann. Euer Mac. Pfefferzeck.